Als Brillenträger haben Sie sicherlich schon häufiger die unangenehme Situation erlebt, wenn Ihre Brillenglasrückseiten beschlagen und Ihre Sicht beeinträchtigt wird. Warum beschlagen Brillengläser? Dies geschieht, wenn warme, feuchte Luft auf einen kälteren Untergrund trifft. Winzige Wassertropfen kondensieren und lassen die Brillenglasrückseite beschlagen. Chemiergläscher Antifog verhindert das Beschlagen der Brillenglasrückseite. Mit normalen Brillenglasbeschichtungen beschlagen die Brillengläser und beeinträchtigen so Ihre Sicht. Mit Chemiergläscher Antifog bleiben Ihre Gläser stets klar und Ihre Sicht brillant. Fragen Sie bei Ihrem Optiker nach Chemiergläscher Antifog.